hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge conan exiled mit den abendeuren unserer schildbein und ja eigentlich sind wir noch nicht im kapitel hier von age of war das kommt ja erst am 2 april aber das ist ja noch ein anderes thema aber dazu dann später noch ein bisschen mehr ich bin hier oben an freas hütte ist ja quasi direkt bei unserer base um die ecke die sich jetzt nicht aufbaut da habe ich ja mal wieder ein paar stunden drin versenkt und ich bin immer noch nicht sicher ob ich mit der base so zufrieden bin wie sie jetzt ist ich werde sie euch glaube ich auch heute gar nicht zeigen ja ich habe da schon wieder viel zu viele stunden rein investiert und ich wollte ja gucken wegen legendaries da fiel mir beeint dass hier oben in dem bereich zwei hier oben irgendwo in dem bereich zwei fledermaus hüllen waren in denen man auch kisten hatte mit legendaries drin für die man keine schlüssel braucht da wollte ich gleich mal gucken ob es diese kisten überhaupt noch gibt ob es die legendaries noch gibt und man da immer noch ohne schlüssel dann kommt ich habe mal vier schlüssel besorgt ich habe auch neuen bogen hergestellt ein bisschen mehr schaden macht und ich habe 300 feile noch eingesteckt ja aber dann kam ich in der hütte vorbei da standen gute npcs jetzt bin ich natürlich in der zwischenzeit ein paar mal rauf und runter um das hier aufzubauen die begleiter zu holen die jetzt mittlerweile stufe stufe 14 sind alle drei sie und noch einer haben vorhut bekommen und der andere hat natürlich der hier der hat universeller krieger bekommen ja aber weiter als 14 hatte ich schlicht und ergreifend keine lust mehr und jetzt gucken wir mal ob wir immer noch so gute mpc schinter drüben am rand sollte freya sein aber mich interessiert ist gerade eben war hier in stufe drei schmied der ist jetzt natürlich in stufe 1 das ist nicht so toll das andere stufe drei kriegerin das ist jetzt immer noch stufe drei kriegerin die können wir mitnehmen die schmiede morgen nicht ja schade stufe drei war natürlich besser aber okay dann haben wir noch freya und ich hoffe der wolf lässt uns in ruhe jetzt wo wir alle mit wieder steuerung gedrückt steuerung gedrückt steuerung gedrückt das ist nicht gut geht man darüber und nein echt jetzt und ihr seht schon viel zu viel von der base das muss nicht wahr sein aber ich muss kann die doch mal nur ich will da nicht wieder rauf kraxeln aber ich kann die jetzt auch nicht da liegen lassen der ja auch quatsch scheit mich nicht so blöd man ja die war doch gerade hier war schon mich sie hat doch von einer sekunde noch da gelegen jetzt muss ich wieder aus erinnern ach man das nervt ja was das andere thema was ich noch ansprechen wollte ich werde aller voraussicht nach äh spätestens in einer woche eine pause einlegen was Conan angeht ähm weil dann kommt äh der DLC für horizon raus den möchte ich gerne in ruhe spielen ohne stress ohne zeitnot und bei Conan haben wir im Moment sowieso noch ja Zeit halt bis ähm der DLC endlich kommt oder das nächste Kapitel es kommt ja kein DLC das nächste Kapitel also Chapter 4 und ähm in der Zwischenzeit würde ich dann den äh DLC zu Horizon Zero Dawn spielen und dann wird es wohl weitergehen mit Conan aber ich will mich hier nicht stressen ich will ich will keines der Spiele jetzt einfach so nebenbei laufen lassen ähm ja jetzt taucht sie nicht wieder auf oh Gott Mann das nervt oder aber sehe ich sie einfach nur eigentlich nicht liegt die gerade jetzt da oben wie ne ne die liegt da jetzt nicht an der Ecke oder was sieht aber so aus da spielen wir mich doch gerade hoch gehen wir jetzt nochmal da hoch so jetzt mal wieder die Ecke finden wo ich hochlaufen kann ich glaube hier naja gut dann klettern wir den letzten Meter ja oder auch 50 Meter jetzt bin ich gespannt sie da liegt oder ob sie jetzt wieder unten ist die liegt doch da klar ja ja da ist sie ok weird mal gucken was es in der Hütte gibt ähm ja ähm ähm hallo warte 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 was sehen wir die der Mai hat noch ein bisschen was zu essen den Rest darfst du behalten ähm dann geben wir jetzt den Jungs und Mädeln ihre Waffen wieder Stahlspeer Stahlbarren Goldbarren Stahlbarren hm nö dann mehr noch nur eine Hüte äh eine eine Kiste nicht eine Hüte gut packen wir das in die Werkbank geben denen drei ihre Waffe wieder und dann gucken wir mal ob die Höhlen noch da sind auch wenn ich die Höhlen überhaupt nicht mag mit den Fledermäusen mit den Fledermäusen ganz eklige eklige Gegner aber ich zähle einfach mal auf unsere drei Krieger hier so das kann ich auch hier lassen Gold mit Gold lassen wir auch mal hier ja mal gucken ob ich die überhaupt wieder finde ich weiß nur dass sie irgendwo an der Ecke waren also am am Rand aber ich weiß nicht mehr in welcher Höhe ich müsste eigentlich ich glaube da irgendwo da immer noch einen höher ich weiß dass hier also mehrere da Höhlen sind wir müssten hier von der Temperatur her zumindest in der ersten Höhle zurecht kommen bilde ich mir ein mit mit was kämen mit mir hm sicklein das hätte ich doch besser so ne schicke schicke Sackball naja kann ich ja alles haben da mal mal Slash nehme ich trotzdem erstmal mit wir können uns ja ruhig überladen da drinnen ist doch ist da nicht schon ne Höhle ist da nicht schon ne Höhle aber da muss ich glaube ich oben 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 dann waren das die beiden Höhlen aber hier unten ach ich weiß das nicht mehr es kann doch sein dass hier auch noch ne Höhle war lassen wir gucken ob wir überhaupt hier lang kommen hm ich meine nämlich da kann man da hochklettern da kann man da hochklettern hm ich bin ehrlich gesagt äh ein bisschen demotiviert ach hier ist keine Kohle mehr dran kein Holz kann man nicht sagen wie wir nicht lustig gerade haben nein wir gucken uns jetzt nicht um weil ich weil ich noch nicht weiß ob das so bleibt was wollte ich denn jetzt noch achso ich wollte das Zeug weglegen ja 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 ich habe jetzt hier oben oben eine Mauer drum gebaut ja jetzt habe ich das gesehen aber jetzt ist ja dunkel nein hier unten hat sich gar nichts getan ach ich bin mir mit der Base absolut unsicher ich glaube ich war noch nie bei einer Base so unentschlossen wie bei der hier gerade ach meine Fackel geht auch gleich kaputt perfekt dann brauche ich einmal die sichern reicht ja ich habe halt überlegt welche Instanz man einigermaßen vernünftig ich farmen kann weil die erste Instanz um ehrlich die ist zum Farmen absolut ungeeignet selbst wenn man nur die Spinn am Anfang machen würde muss ich jedes Mal so ein NPC da reinlocken den da oben killen und achso ich muss noch eine Ecke weiter im dunkeln finde ich mich hier noch und dann mal besser zurecht ok ich bin schon mal zu weit weil das habe ich eben nicht entdeckt was greift mich denn da jetzt schon wieder an ein Schwein ich bin schon mal ein lauter Schwein ich bin schon mal ein lauter Schwein sag mal ok eben war das nicht so rein oh oh ich fahre gleich wieder runter mit dem Tod ähm ja och oi 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 äh das war knapper als mein Liebes wo bin ich denn hier überhaupt ich gucke richtig ach man ne macht doch alles keinen Spaß das greift mich gleich die dämlichen Wetter an das greift mich gleich die dämlichen Wetter an jo und stehen einfach da sehr gut ich geh jetzt mal hier lang ja ja ist ja gut jo wo ging denn jetzt der Weg runter jo da ist eine Höhle da ist wie die alleine da ist wie die alleine dir geht es auch nicht zu der anderen oder ne ne hm hm mach ich denn das jetzt ohne gleich wieder da runter krügelt zu werden Moment da ist einer ja wenn ich mich jetzt hier wieder nicht festhalten kann weil hier dann oder doch gar nicht mhm mhm und dann hat sie losgelassen mhm 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 what do 8 da unten war die andere ah ich bin schon eine zu hoch oh Das finde ich schon mal äußerst schön. Das macht mir Hoffnung, dass ich hier gar nichts machen muss. Wildflasch, Federn. Ähm, ja. Not so prickelnd. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich glaube, das war die mit der Säule, wo man hochklettern muss, kann das sein? Warum renntest du denn weg? Irgendwas schreibt mich gerade an. Los, bringt die um. Ihr seid die Besten. Zeigt mal, wie viel Nord in euch steckt. Jawohl. X-Din. Jawohl. Nur zu bestellen, die nicht. Wie die letzte mir. Ähm. Wir haben noch einen Raum weiter. Und dann kam, glaube ich, noch eine Säule, an der wir hochklettern müssen. da war eine Kiste. Kann während der Reparatur nicht ausgerüstet werden? Was? Okay, die Kälte geht noch. Ähm. Los, meine tapferen Speerkämpfer. Ach, das ist ein Boss? Egal. Packen die. Bin ich mir sicher. Hauptsache, ich muss hier nicht mehr. Aber jetzt war ich auch hier vom Jugo. Warte, ich helfe euch. Oder noch nicht. Ich wollte. Ihr habt es gesehen, ne? Ich wollte. Ich wollte gerade zack und so. Da war es schon geschehen. Ich nehme jetzt das Messer. Ich habe keine Lust. Stahlfeuer. Hm, immerhin. Bisschen Dämonenblut. So, wo die zwar noch hier irgendwo eine Kiste oder nicht. Was ist die hier? Tja. Weiß ich nicht mehr. Boah. Das sieht irgendwie anders aus. Was ich so in Erinnerung habe. Ich meine, hier auf so einer Säule wäre eine Kiste gewesen. Aber ich dachte, man könnte an der da vielleicht super super ich weiß es nicht mehr beste Voraussetzung um sowas zu machen. Ist doch schon ewig her. das ist nicht mehr. Hm. Hm. Jetzt müssen wir mal weiter runter. Heißt nur so eine Samen in Erinnerung, ne? War da gerade noch einer? Oh, war da noch ein Boss? Ich weiß, ihr seht nichts, aber ich verspreche, ich sehe auch nichts. Ich glaube, ich habe einen besseren Bogen bekommen. Oh, 28 im Vergleich zu 15 ist auf jeden Fall besser. Zack. Nicht das, was ich suche, aber... Ich bin hier aber in der falschen Höhle. Oder hier steht irgendwo eine Tour rum. Aber einen Schlüssel hat er nicht gegeben, ne? Nee. Eher sie. Oh, das ist wirklich schon Jahre her, dass ich mal hier war. Ich glaube, Federn habe ich immer gefahren. Und halt das Fleisch von den Ziegen. Ziegen. Tja. Ich glaube, hier unten geht es auch nicht weiter. Es ist halt nur die Frage, ob hier an einer der Säulen eine Kiste ist. Das sind noch keine richtigen Zäulen. Das sind noch keine richtigen Zäulen. Richter. Ja, ich könnte ja mal... Mal einmal hier hochklettern. Oh toll, ich bin alleine. Haha, Hilfe! Aha. Da sind meine Kämpfer, wenn ich sie mal brauche. Hier oben ist auf jeden Fall keine Kiste. Weißt du was? Ich geh wieder runter. Komm da runter, du Feigling. Das brauch ich nicht. Naja, da oben ist keine Kiste. Ich habe jetzt keine Lust hier umsonst rumzuklettern. Und nicht nachdem ich schon einmal gestorben bin. Dann können wir gehen raus und gehen in die andere Höhle. Gucken wir da nochmal. Gucken wir da nochmal. wo habe ich sie eben gesehen da unten richtig ich glaube ja da ist eine wir waren noch eine meine ich wir gehen lieber zu fuß ich springe da jetzt nicht runter ist sowieso wie da sind kuddeln muddelläude ich habe auch keinen bock auf die ziehen weder schafe nein es sind wir da dass sie berg zieht bestimmt berg ziehen doch gesagt dass sie mich in ruhe lassen guck mal dahinter dein freund wird gerade umgebracht das hätte ich kann bringt den auch um ich habe angst für den tun mir weh die andere auch noch ach sind drei vier ich kann die reichweite von ihnen einfach nicht einschätzen ich mag die nicht genauso wenig wie den fledermaus ost ich klinge viecher aber ich kann sie klein schneiden ich meine wenn der hüte wäre kein egal ich weiß es eh nicht mehr das raten bringt auch nichts holsteinhöhle sagt mir nichts mehr wo ist die nebelgräne ich bin ganz schön effektiv mit ihren speeren was soll man so sagen ach egal komm ist jetzt genug weil speerpiekser sind ja aus eigener erfahrung her nervig nee bin ich oder aha das mich doch einfach in ruhe man hässliches Viech geht's euch gut Jungs nein nicht so richtig ich helfe euch ich bin fast tot ich habe es mir noch überlegt der eine Schlag könnte mich jetzt killen hm ja ich muss mir gerade echt auf die Zunge weisen muss ich mir gerade echt auf die Zunge weisen wenn ich da oben jetzt nicht drei Begleiter stehen hätte würde ich jetzt einfach Schluss machen ich würde mich verabschieden bei euch und das wäre es gewesen für heute aber das geht ja nicht weil Begleiter ich hätte sie einfach alleine machen lassen wollen das wäre ja viel besser gewesen ach man die stehen jetzt nebeneinander und kämpfen nicht ne ja so lass mich in Ruhe du Sau die Hände die Hände die Hände ja auch einfach umbringen können damit dem Schild und Schwert ich weiß nicht ob ich das auf die Reihe kriege das ist so gar nicht meins wenn dann noch in der Höhle kann ich den Schild nicht benutzen weil ich ja eine dusselige Fackel in der Hand halten muss wieso ist denn hier jetzt ein Bär der war doch eben nicht hier der König aller Hirsche wo geht es jetzt nach oben heute läuft es echt richtig gut würde ich sagen vielleicht hätte ich doch einfach in den in den ersten Dungeon gehen sollen wären die definitiv entspannter geworden naja super wisst ihr was rutsch mir doch mal sonst wo rum wo ist die Fäule da leck mich an popo könnt mir alle mal dem Sonnenschein begegnen oder Mondschein könnt euch auch so egal oh lecker von ihm ähm äh ja danke die werden jetzt alle sterben glaube ich ich kann da nicht blocken und ausweichen ja mein Gott ey wie ich es hasse diese verdammten ach man ich habe keinen Bock mehr ich kann nichts machen ich es ist dunkel ich muss diesen dusseligen Schild haben meine Herren ich dafür waren wir hier unten dafür bin ich wieder tot ok ähm so ja wir haben ein paar Leute cool ich glaube unsere Schildmein ist keine Schildmein mehr ich glaube das wird die erste Änderung sein ähm ich weiß gar nicht was ich machen soll ich kann den einen jetzt noch retten indem ich nicht mehr dahin gehe der irgendwann hier wieder auftaucht hoffentlich hoffentlich oder auch nicht andererseits ja mein Gott muss ich sie mir neu besorgen muss sie neu leveln aber mir fehlt ja die Zeit für den ganzen nebenbei Quatsch mir fehlt einfach die Zeit ich kriege das gerade mit dem anderen drumherum nicht äh zeitlich geregelt ich weiß nicht wie ich es machen soll weil ich habe ja heute wieder so viele Stunden gefarmt gestern noch so lange die gelevelt und jetzt kann ich wieder anfangen wir kommen morgen wieder nicht weiter ich muss mir da jetzt mal in Ruhe meine Gedanken machen ähm wie wir hier weitermachen ähm oder ob ich jetzt schon mal eine Pause einlegen werde ähm vielleicht muss ich nach weiß ich nicht zwei Jahren Kunden am Stück oder so jetzt auch mal einfach eine Pause machen ähm ja ich würde mich da heute Abend auch nicht äh mehr zu auslassen weil äh ihr habt ja gesehen wie es heute Abend gelaufen ist ich komme mit dem Schild und Schwert überhaupt nicht zurecht geht gar nicht mhm das ist so gar nicht mein Kampfstil gut ausweichen bei den Fledermäusen ist sowieso immer so eine Sache mal hier nochmal wirbeln wie bescheuert und alles ähm ja der zweite Tod war jetzt respawn ne ich bin durchgelaufen und hab glaube ich noch ein oder zwei zusätzliche Fledermäuse mitgebracht und das war dann zu viel keine Ahnung ich muss mir da mal Gedanken drüber machen äh ja ich bedanke mich fürs Zusehen ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag passt auf euch auf bis zum nächsten Mal macht's gut ciao ciao abonniere dich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.